michael ja kein wort ok herz auge du mütze herz auge du mütze du herz auge 我不懂我听看不懂 haha herz auge ah我知道 deike lieb eugelt mit meiner mütze 门到没有 die mütze bleibt auf meinem Kopf deike他刚刚没有我刚刚用到lieb eugen这个动词lieb你看lieb就是那个爱心嘛 lieb eugen eugen就是auge的意思嘛lieb eugen mit etwas就是看上了的意思还是想得到呢 他看到一个东西哦他就是想得到这个东西 那我就可以说lieb eugen那你看一下 lieb eugen那我们看这个动词变化呢 ich的话呢 ich lieb eugen oder ich lieb eugen都可以 ich lieb eugen然后呢还没有讲完呢我们还需要一个解析词呢 那就是mit mit ich lieb eugen mit etwas etwas就是一个东西一个事情 人也可以啊但是那个我们现在在德国很少用到lieb eugen就是看上了 嗯我们喜欢一个人我们很少用到lieb eugen是以前老人家可能还会用的 但是呢我们看到一个想得到的东西呢我们就可以用lieb eugen这个动词 她说我会去买呢但是我看到呢我觉得很棒呢很帅呢那我就想得到呢 und er hat das Handy gesehen und er hat gesagt, dass er das Handy sehr gut bekommt. Ich liebe euch mit einem Handy. Das ist okay, ich liebe euch mit einem neuen Porsche. Und du? Womit liebe euch du? Wir sagen mal, womit liebe euch du? Der Wunsch ist so einfach. Die Du? Du? Guterbe mit dem Handy.